Ja komm, mach mal. Starte mal rein da. Aber warum bin ich jetzt Boss? Was soll das jetzt? Damit der's schön auf mich schieben könnte, weil ich nichts gemacht hab, ne? Richtig. Teammates, Alter. Küsschen. Zehn von zehn. Elf von zehn. Kuss. Kuss, kuss, kuss. Außen, Mitte. Louis sieht sich da wieder ganz tief. Perfekt. Ich hab einen. Ach scheiße, das ist ja überleben, Alter. Stimmt ja. Lolo, was war denn mit deinem Umhang gerade? Stupid. Nein! Goddammit. Bei mir? Er ist One-Shot. Nasty. Und ich mein nicht die ISC-Sorte. Uuuuh. Kleine Füße hier am Rande. Puh, Junge. Ich bin der geborene... Thug. Bei mir? Shit! Oh, Ehrenmann. Oh, hinter dir. Oh, ihr seid die richtige Maschinen, Junge. Ach, pop, pop, pop. Ich nehm euch zwei mit auf Baustelle. Baustelle. Ich werd hier blamiert. Puhi, Digga. Das war dieses andere Wild, was ihr gemacht habt. Digga, bist du alles gerade auf ne 10er-Killstreak? Seid ihr richtig am Rasieren, ey. Ihr kleinen Gillette abdies. Mein Herz macht so ein paar Geräusche, das ist ungewohnt. Oh, Digga, bist du verliebt, ja? Der liebende Boss. Der allerliebende Boss. Nein, ich dachte, der vereist. Oh, fuck. Puh, der heftige Typ, Junge. Digga, diese Dexterity-Perks sind... Aber dieses andere überpowert, Alter. Ich hab in mein Leben nur nie so schnell Waffen gewechselt. Ich fühl mich wie Roudini 2.0. Digga, was eine Rasur. Diese andere Gillette ab, die Combo haben wieder gar gemacht. Was läuft, was läuft. Wie geht's euch? Was läuft, was läuft, was läuft. Alles gut. Was läuft, was läuft, was läuft. Ich bin's, Khatar. Normal. Ich wundere, ich bin am Stream, ne? Oh, shit. Ich bin Fame. Leute, abonniert mich. Hehehe. Hehehe. Seid, wir haben die beste Koordination. Der abstorbende Boss, Digga. Alles daneben geschossen, aber der... ...hat vor so ne halbe Kugel getroffen. Ja, also... Oh, shit. Was war das denn grade von mir? Der war doch schon so, ne? Ich bin komplett tot, Leute. Grusilla. Macht jetzt grade seinen. Grusilla, Abi. Ich lass hier euch alle haben oder keinen. Komm, Digga. Das kommt doch direkt safe in den Clip, wenn du das jetzt noch machst. Nein! Das kommt trotzdem. Ich krieg's kotzen, ohne Witz. Das Spiel könntest du rausschneiden. Ah, ist n Dreck. Komm, Rambo. Ah, unangenehm. Ich hab so offen, dass ihr sogar anfliegen hören, Leute. So, wie? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. He, he. He, boi. He, he. Digga. He, boi. Was? Ja, man, der hat mir auch einen Quickscope, aber diesen anderen einen Quickscope gegeben. Ich pack mir den. 10er-Lugi stirbt. Schade. Nee. Jetzt kannst du mir den 10er überweisen gehen. Man. He, he. Nö. Aber direkt. He, he. Ich jetzt aber auch keine Shotgun, wo die mehr ab ist. Auch nicht ganz normal. Perfekt. Perfekt. He, 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 he. He, he, he. Ja, kannst du gar nichts mehr machen. One 10. Stupid. Ah, voll daneben geschossen, ich glaub's nicht. Ach man, ich hab einfach daneben geschossen, wie unangenehm. Er hat mich so gegen die Wand getreten, Alter. Holy. Digger. Wie war die Leiche da flog, Alter. Boah, kennt ihr das, wenn ihr euch mal die Eier kratzt aus und dann diesen einen Punkt berührt, Alter, der so alles, wo alles wehtut. Nein, Bruder. Was? Ich kenn's nicht. Safe. Oder was meinst du genau? Alter, wenn du so deine Eier so einmal berührst und dann so einen falschen... Diesen... Diesen falschen Winkel? Ja, Mann. Wo du dann... Komplett empfindlichen Punkt triffst. Ah, das und... Ja, doch, dann kenn ich das. Wo es dann richtig unangenehm wird. Ja, Mann. Wo du schon keine Luft mehr beim Atmen bekommst, Alter. Doch, dann kenn ich das. Wo du dir so denkst... Das ist hart. Da haben die 10 M.A. Klavier gespielt, ich sag's hier. Wie bei Popeye, Digga. Mit die grünen Bohnen, Digga. Das war Spinat, Bruder, war's gewohnt. Das war Spinat, Digga. Ich der kulturelle Profi, Digga. Ja, keine Ahnung. Ich wusste zwar, dass es den gibt, aber die guckt hab ich nie wirklich. Das ist Popeye Abi, Junge. Popeye Abi. Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Mach dir gar der 1-B9, Alter. Hä, du bist auch tot. Ne, ne. Oh, groselle Abi. Oh, shit. Jetzt ganz epische Musik bitte einspielen. Ja. Sollst du noch so einen kleinen Schwarz-Weiß? Nein! Das Ding ist aber auch dieses andere langsam, Alter. Ah, wie unangenehm. Digga, dass wir gegen diese... ...Willi, Wilfried, Alter und Toc hier die ganze Saison verlieren sind. Oder... ...ein nicht einen 4-0 gemacht haben. So, der trihardende Boss. Willkommen zu euch, das ist bei meiner Leiche, Digga. Der trihardende Boss. Ah, ich hab den gesehen. Ich pack mit den. Der trihardende Boss. Digga, was für... Für Zone, Alter, da sind wir. Oh, shit. Ein Enhancement Core gedroppt. Holy shit, Alter. Der kommt um die Ecke gerutscht und gibt mir einfach diese anderen zwei Clips. From Squad Kittens. Ach so, ja, das ist ein krasser PvP-Clan. War ja damals zumindest in D1 auf der PS4. Ja, ja. Kenn ich nicht. Ich rede ja auch von krass, ne? Das stimmt. Da軋 auf. Was ist sein? Was das aus? Wir fangen unprecedented an тебе an! Sle Drama. Oh na o!